Nach vier Tagen Interzumesse in Köln hat sich Daniela ihren Urlaub mehr als verdient. Auf ihrer Yacht startet sie diesen vor den Küsten Frankreichs. Damit sich die Oberschränke bei eventuellem Wellengang nicht öffnen, sind diese elektronisch verschlossen. Mit ihrem Dialog-Key entriegelt Daniela diese bei Bedarf. Die Getränke sind sauber in der Hubtheke untergebracht. Nach einem leichten Druck auf diese, fährt die integrierte Gasdruckfeder die obere Hälfte nach oben. So ist der Zugriff auf die Flaschen möglich. Um am Abend zu entspannen, verbreitet sie die Liegefläche der Couch. Per Fernbedienung lässt sich jeweils eine Hälfte des Polsters nach vorne fahren. Mit einer weiteren Fernbedienung dreht Daniela den Fernseher in eine angenehm einzusörende Position. Nach dem Fernsehprogramm checkt Daniela noch kurz ihre Mails. Hierzu nutzt sie ihr iPad, das dekorativ in das Sideboard eingelassen ist. Mit einem Fingerstreich auf den biometrischen Leser gab sie ihr iPad automatisch heraus und kann damit an einem bequemen Ort arbeiten. Das gesamte Hälfte der Team sagt Tschüss und freut sich darauf, Sie im Jahr 2013 auf dem nächsten Interzoom begrüßen zu dürfen.